in der letzten folge haben wir uns tapfer durch die bar und durch die bibliothek geschlagen und jetzt müssten wir vor den agenten flüchten genau warum zeigt denn der fall dass wir da rein sollen das ist nur wegen dem bonuslevel eigentlich muss ich hier weil das ein grüner fall das haben wir schon gemacht das level letzten folge haben einiges in der letzten folge gemacht und ihr auf jeden fall noch mal vorbeischauen falls ihr verpasst habt ja hatten geist ich finde ich auch ich kann mich dann die level in diesem spiel wo man auf einem fahrzeug um die waren sehr anstrengend sehr blöd weil man kann ja lieber kann ab aber das ist so extrem langsam weil die level sind so riesig gestaltet ich finde ehrlich gesagt die level sollten kleiner sein und die autos langsam oder die fahrzeuge ja da bessere steuerung generell für die fahrzeuge die steuerung ist doch schlimm ich finde man sollte es so machen dass wenn man zum beispiel mit dem motorrad irgendwie und da gibt es ein power up boost power up so schnell genug ich finde die steuerung einfach richtig anstrengend so es gibt erst mal keinen rückwärtsgang und wenn du irgendwo hinfahren möchtest musste man dahin fahren wie es so zum bildschirm zeigt das heißt jetzt statt dass ich gerade ausdrücke drücke ich nach links ich finde es einfach anstrengend da musst du dich immer dran orientieren irgendwie wie das im bildschirm ist aber ja das ist schon kompliziert manchmal hier ist mein bike ich habe gerade mein ganzer mein bike gesucht weil wegen dem power up natürlich habe ich dann verloren ich würde es einfach geiler finden wenn man zum beispiel sagt ja okay ich mich geradeaus fahren dann drücke ich auf den fall nach oben also geradeaus ich fahr einfach langsam wenn ich springen kann ich kann mich daran erinnern natürlich erinnere ich mich an die schlechten ich glaube an diesem level werden wir sehr lange sitzen ist aber nur meine vermutung alter der richtig gezeigt ehrlich mir und du siehst wie viel wir kaputt machen müssen für waren abenteuer das kann ja was werden wer hat sich gedacht ja sowas macht spaß oder man hat da irgendwie ein lerneffekt raus oder hat was davon ein lerneffekt in dem legospiel ja ja das ist ja ausgeliebt was laut hier sind die bunten was der war kaputt machen ok sorry wir haben die gehören egal auch von zelle niemand wird ja anrufen diese uhrzeit ja auch voll rückständig ich meine das spielt doch hier in 1900 irgendwas ja wir sollten einfach mal ein bisschen moderner sein das ist 2023 echt der alter werden wir nicht drauf gekommen schon peinlich so aber ich habe da hinten noch wieder das hat gesehen und den glaube ich mir jetzt da sie das gemacht hat über die hälfte schön ganz ehrlich das ist so viel erleichtern dazu zwei zu spielen vor allem bei so einem level wo man sehr viel geld sammeln muss da haben uns getroffen ja du kannst du mit dem laut sagt und ich bin hier in irgendeinem laden ja unsere quest ist eigentlich die vier dudes da auszuschalten da sind da oben die leiste aber ganz ehrlich wir wollen dass man das geld geld hat priorität genau da bist du ja warte da sind das die denn das dort da muss ich hin dem muss geschlafen da war hier irgendwo ach stimmt ich kann mich daran erinnern wie in die hier durch die bibliothek gefahren ist das war lustig empfehlen da hast du gesehen ja ich hab ausgerechnet den letzten start verpasst nochmal wenn irgendwie die hast du so einfriert dass man die ganze zeit nach unten läuft auch wenn man es nicht will weiß nicht was heißt aber hast du das gerade ich hatte das gerade eben dass ich so automatisch nach unten gelaufen bin und das ist heute und wieder muss dort versuche ich gerade zu bekommen ich habe ihn ich habe ohne die beiden satz kann man das level gar nicht 100 prozent schaffen also sie sind notwendig so fast haben wir es richtig viele blaue auch so schlimm ist das gar nicht mit dem geld ok und jetzt kill die ich habe jetzt rote pfeile überall damit sehen wir wo die sind und ich glaube wir können einfach rammeln wir sollen die einfach haben oder wir sind ja schneller als die ich hoffe es geht nicht ohne power up bissel aber nicht wirklich macht keinen schaden wirklich das bräuchte vom power up und das bestimmt ist ein auto turbo turbo ich muss den willi nein ich wollte wie die machen wir müssen versuchen irgendwo autos zu klaren ich mache kein damage ja du brauchst auch ein auto ich habe den ich habe markus den kopf abgeschlagen wie im film es hat aber die sims sind schon gemacht hier kommt man auch hoch warst du schon da oben wo ja da war ich schon da waren die länder starten habe ich mir geholt da ist noch ein echter war noch einer ich kann noch als bike die anderen bike fahrer bestimmt rammeln ja oder wir suchen nach dem auto also tun wir nach dem auto ich fahre schon mal weiter da sieht man sich schau man hat sich mal gesehen ja das ist echt schlimm das wenigstens mal irgendwie so konstant machen können dass man immer schon keine ahnung split screen habe ich sehe die obererste druck jungs oder so aber ich habe noch nintendo 3 ds bin hier irgendwo gefangen hier ist ein auto ja das ist das von vorhin aber ich habe es nicht mehr rausbekommen das sind die einzigen zwei autos die man hier haben kann ja da musst du alles machen hier ist einer bei mir ja ich bleibe einfach stehen dann schießt mich ganz ab du seid wirklich nein mein bike ist kaputt bleibt stehen du schaffst das weil ich will mitfahren weil ich auf dem auto stehen was machst du da drüber gesprungen bin ich denke ich komme schnell her ich weiß dass sein auto ist ich komme gleich ich denke hier ab damit du ihn direkt kommen kannst ich wollte eigentlich den motorrad ja aber motorrad ist ein bisschen da bin ich gut ich will das motorrad daran von dem ach so ja mach gleich komm mal hier ist der dude den wir erst mal kriegen ich halte ihn die ganze da auf halt mal das motorrad auf geht nicht wie kann man die aufhalten weiß noch weiter noch weiter ich sehe nichts alter ja los ja das sind immer gerammt aber nur einer muss noch glaube ich oder zweimal jetzt let's go tschuldigung war mit absicht tschuldigung war mit absicht oh ok schade allöchen da you are again du hast gesagt hier ist ein wagen ja hier ist ein wagen oder so kaputt nicht der da waren andere waren die autos fahren aber eigentlich immer das heißt du musst irgendwie auf der straße aufhalten ja ich habe ihn einfach schnell reindrücken und auch alle reindrücken jetzt verstören ja war das nicht richtig das mehr alle ist ok ja aber es gibt mehr als man braucht immer den roten fallen folgen die zeigen dir an welche du killen muss und der bikefahrer da geht er die ganze im kreis durch das museum also fahren wir hier wieder rein der ist hier irgendwo der pfeil sagt es mir meine spyder sens ist wenn wir da ich glaube der kommt da jetzt um die ecke wo ist der immer da lang oben lang immer oben lang fang immer ab da ist es endlich ob jetzt die anderen also muss sie doch kühlen aber erst danach ja aber die sind einfacher die bikes sind schlimmer tatsächlich ja die sind so wendig ein habe ich das können wir auch nach der aufnahme machen was wir machen nein mein wagen oder wiesmann einfach okay von ihm nur geld haben wir den status verlieren wir gehen daran hält schadet ich hoffe es nicht ich weiß es leider nicht okay das ist sehr gut ich komme vorbei das ist so komisch im split screen alles ich habe schon aber ich bin auch in dran zwei seiten ja hier links links hat eingesehen große das ist nicht der den wir brauchen ich gehe trotzdem kürzlich wo sind der ja 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 jetzt haben wir gemeinsam mit dem zug ja aber da nicht rein oder es mal umschauen wir haben jetzt keinen neuen character und keine neue bonus sage beigeschaltet also eigentlich gibt es jetzt nichts zu machen außer dass ich glaube da war was zu reparieren doch ja das wir nicht gemacht haben wir den kaktus hier schon das muss man nicht reparieren das weint ich auch nicht das ist ein grüner kaktus draußen am balkon guck den muss man kaputt machen die hellgrünen sind das die man kaputt machen muss die die auffälligen hier waren glaube ich sagen zum reparieren ich hoffe in dem stauern gibt es nichts gibt es was da kann man charaktere freischalten das weiß man auch hier sind sie mit level ach schau mal hier nummer neun ist hier ja neun ja moment moment da hinten ist der kaktus ich sehe der letzte kaktus dann können wir direkt das abschließen der letzte kaktus weil genau hier steht es es gibt da ganz normale lego steinchen nichts besonderes nichts mit den indian johnson oder sonst was zehn grüne zehn blaue zehn rote werden von roten und blauen fast alle und von grünen finden es auch einige ich glaube grüne sind irgendwie pflanzen oder so und dadurch halten wir natürlich auch was frei willst du mal nachschauen haben wir hier schon hier kann das reparieren schon mal tankstelle und kauf mal kauf mal das war aber echt teuer als uns damit fliegen kannst oha also kann man da rein ich glaube ich hier kommt da war noch mal das fragezeichen was gesehen schnell kann man sheets kaufen schnell reparieren 300k ok da muss man lange für sparen hier kann ich auch ein rennen machen und noch mal das ist anstrengend man hat ja genug zeit naja ok was ist noch mal ich finde man könnte die münzen noch irgendwie leuchten da machen damit man genau sieht wohin man muss naja ich meine neueren lego spielen gibt es ja auch jetzt so unsichtbare studs die einen zeigen wo man lang muss ich glaube an sowas hast du gedacht so was wäre hilfreich ja immer langsam geht es langsam an du hast genug zeit das langsam anzugehen ja ok fang vorne an du musst von der richtigen seite raus ah ne einfach nur durch ok wusste ich nicht ja ja unten unten links da rechts 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 weiter ist da ist das ziel What the hell? Guck mal hier! Bam! Armee Jeep! Für unser restliches Geld. So warte, komm mal mit, komm mal mit. Du konntest da hinten... Achso, da wolltest du erstmal das Secret Level machen. Ich wollte erstmal dahin fliegen, ob ich da rein kann. Boah, wir machen so viel Erkundung. Nee, weil ich meine, hier hinten kannst du noch was reparieren bei der Tankstelle. Weißt du? Guck mal, da ist ein Typ mit Schaufeln. Bei denen können wir das dann kaufen. Ah, ich geh mal hier nach ran, damit die Kamera nicht so blöd ist. Da ist sie immer noch. Du kannst ja auch mit dem Jack da rein fliegen. Ja, wo ist denn der? Da wo ich ihn gekauft hab. Da ist noch ein Fragezeichen, aber das las ich jetzt erstmal, weil wir haben bestimmt sowieso nicht genug Geld. Ich weiß halt nicht, wo du den gelassen hast. Ja, da wo ich den gekauft hab. Achso. Das war ja hier hinten. Du, 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 du. Ja, Michael macht da jetzt sein Zeugs. Ach stimmt, das ist wirklich jetzt wieder ja. Abflug! Ja. Ja, den Ding kommen wir jetzt auch mal beim nächsten Mal. Wir wissen, wie man hier reinkommt. Das geht ja jetzt ganz easy. Ey! Hier, komm mal hier hin. Oh, what? Hier ist ein Secret Level. Bonus Level. Okay, wir können auch erstmal das hier machen. Mir ist eigentlich ziemlich egal, welches wir machen. Sie an den Wänden. Geld. Aber wie hieß noch was zum Krümmern? Nee, wir sind nur Ketten. Okay. Ich meine hier war noch Geld. Wie soll was zum Freispringen? Hier. Weil ich ziehen. Okay. Kannst du mal da drauf und dann mit der Palsche da hoch. Da hoch. Okay, geht anscheinend. Warte, ich glaube von hier kann ich das. Ja. Da hoch, da hoch, da. Hier sind Fackeln. Brauchen wir Fackeln für irgendwas? Ja. Wenn die hier sind schon, dann kannst du das anzünden. Hä? Was? Ah, so mach ich das. Einfach abgeben. Und. 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 Explosion. Frohes Neues. Hallo? Ah, jetzt. Stand so da dran. Nein. Oh, ich habe das meiste bekommen. Ich habe das meiste bekommen. Oh, einer muss sich draufstellen und dann. Okay. Wir machen eine Wasserflasche. Ah, ja, kann ich machen. Kann es auch einnehmen. Ich flieg mal. Wow. Ja, okay. Ich flieg mal hoch. Hochschuh. Ah, schade. Das geht nicht. Was geht denn hier ab? Oh, wie viel Geld da angeflogen kommt. Stell dir mal vor. Du hast das im real life. Kannst einmal so. Ganz. Tief. Reingreifen. In so eine große Tasche. Vor allem mit Studs. Das fühlt sich doch bestimmt gut an. Auf den Füßen nicht. Aber auf den Händen schon. Das ist jetzt ein neuer Traum von mir. Du musst dir einfach so richtig viele Studs dann kaufen. Das geht bestimmt günstig. Äh. Weiß ich nicht. Betalbar. Achso, das nicht machen. Das nicht machen. Das haben wir als letztes. Aber vielleicht kann ich ja trotzdem schmacken. Ich glaube wir können jetzt eigentlich schon dasselbe beenden. Der Blau ist da. Könnte reichen. Ich würde so sicher noch mal ein bisschen was sammeln. Wenn es geht. Äh. Kannst du hier hinten noch freisprengen. Die. Beiden. Ja. Ziele am besten dran. Vielleicht geht das. Ja, das geht. Geld. Nichts. Wow. War da oben noch was? Ja, da ist ein Schalter. Hallo. Ja, da ist ein Schalter. Hallo. Bist du einen Abstand auf dem Halten? Nee. Ah nee, du kommst doch mit dem Seil da hoch. Achso. Okay, weil ich drehe wieder. Ah, nur ich kann das machen, weil nur ich habe die Peitsche, die Liane. Okay, Moment. Irgendwas machte ich die ganze Zeit. Zzt, zzt, zzt. Zzt, 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 zzt. Zzt, 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 zzt. Zzt, 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 zzt. Zzt, 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 zzt. So, jetzt kommst du da. Ah, und dann kommt mit dem Bike drauf. Ja, mit dem Bike. Ja, mit dem Bike. Weil ich mach das mal. Hö, mich da sitze. Mit den Beinen. Niaow. Ein bisschen. Ja. Hä? war noch ein schalter und der ventilator hochgegangen ach so warte noch warte noch warte noch ich habe da hinten noch was gesehen was wir weg sprengen können ich glaube das hast du noch nicht gemacht oder Geld irgendwas da oben ist noch Geld ich habe gerade normale Abenteurer gelesen der Hausmeister ist verrückt geworden wenn man diese secondary Characters Mensch Robbe du kriegst doch schon deinen eigenen Batman Film bald nur nicht jetzt ich kann nichts machen die Schau geht nicht ich krabbel einfach können wir uns den leisten ja kauf den kauf den kauf ihn los russische Gräber ich habe alle zehn roten Hydroante kaputt gemacht wunderbar ah hier ist der vierte das läuft ja echt richtig super ich bin überrascht immer mehr Probleme immer mehr aber jetzt können wir mein Lieblingsfahrzeug im Spiel kaufen wo bist du eigentlich ja hier ist es jetzt offen äh warte du hast den abgelegt den Matt warte ich nimm den mal jetzt damit ich das reparieren kann deine Tanke so Matt 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 nicht Matt 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 ok Pfff Sollten wir darauf sparen oder nicht unbedingt es würde sich schon lohnen hast du ein Fahrzeug irgendwo in der Nähe hast du ein Fahrzeug irgendwo in der Nähe guck mal was ich jetzt ausgrabe der Kühlschrank ja kannst du kaufen kann man den fahren ja das ist ein Auto oh mein Gott ok warte ich reparier kurz die die Werkstatt hier hey vielleicht wollte ich halt den Wagen hier kaufen ja das ist bestimmt teurer lass mal sehen ja ok 40k also müsstest ohne Cheats durchspielen ok können wir auch machen dann müssen wir jetzt aber gründlich farmen und vor allem die ganzen Blumen kaputt machen weil uns fehlen noch sechs besondere Blumen wo ich keine Ahnung wo die sind unten rechts erstmal das nächste Special Bonus Level machen was wir schon vor Ewigkeiten freigeschaltet haben ja können wir machen ok gut auch da hinten sind die ganzen goldenen Kisten dann ja da gibt es übrigens auch Charaktere die man freischalten kann in dieser Doomfound und hier ist dann bestimmt eins oder? ja haben wir klar das haben wir so klar da bin ich noch reingegangen oh wow das ist das Level ich kann mich daran erinnern dass das super nervig war das Level ich weiß aber nicht mehr warum ich kann mich nur daran erinnern ok da kann ich hoch ok äh es wird gefährlich das ist das mal lieber ich versuche mal lieber nicht zu sterben wenn es nicht sein muss hä? das ist ein Dude von Ding zu Ding schwingen hier ja wie mache ich das denn? schwingen dann springen wenn du weiter nach vorne fliegst und dann nicht so äh warte mal du musst einmal mit der Weitsche drauf und dann hin und her schwingen als wärst du auf einer Schaukel so und dann wenn du weit rechts bist dann kannst du abspringen und dann so springen ah boah das ist aber echt nicht cool das ist ja echt anstrengend ey ey du sterben Bruder danke und du sollst rüberkommen ich habe super viel Geld verloren ob wir es noch schaffen? wenn es ein gutes Level ist schaffen wir es noch es ist kein gutes Level es ist kein gutes Level Aua warum 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 was er nein wir starten das Level neu wir starten das Level neu da farm du mal hier das Geld ich geh schon mal weiter hier sind auch die Kisten die kannst du auch noch farm sorry alter das ist nicht dein Ernst nach dem Bonus Level beende ich dann diese dritte Folge bitte gut wumm 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 wuh 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 du hast es gesehen mhm nein Die kennen mich. Die irren. Das ist doch alle irre. Komm mal rüber hier. Damit der Wüsch nicht mehr geteilt sein muss. Okay, du kannst hier dich ein bisschen umschauen. Ich gehe hier drauf. Und äh, du drehst mich, Mann. Und dann kannst du die Kisten da aufmachen. I guess. Ja. Meine Welt dreht sich um dich. Ich habe zwar noch nicht gesagt, aber die alten Folgen von dem alten Let's Play, was natürlich nicht weitergeht, ist klar. Ah, Mist. Sorry. Es wird super schwer hier noch das Geld zu kriegen. Aber die sind online. Die könnt ihr euch, falls ihr euch noch dafür interessiert, anschauen. Zumindest lasse ich sie erstmal noch immer online. Da sie ja auch relativ beliebt waren. Was muss ich denn hier machen? Abschließen? Ja, ich kann es auf jeden Fall nicht. Ja, du musst das machen. Komm mal rein. Komm mal rein in die Stube hier. Ich glaube, die NPCs, also die Computerspiele, wenn man alleine spielt. Der zweite Spieler ist ja dann Computer. Ich glaube, die waren auch immer sehr, sehr dumm. Vor allem solchen Bonusleveln. Ah, der Wagen geht dann auf. Okay. Komm mal vorbei. Jetzt nicht mehr. Ciao. Ich grunde dich. Wie soll man hier bitte genug Geld haben? Ja. Ich glaube, das müssen wir mal jetzt machen. Egal, machen wir weiter. Wir machen es zu Ende. Wir waren jetzt erstmal zu Ende, ja. Wir haben jetzt schon unser ganzes Geld verloren. Hä, aber das verwundert mich wirklich. Wie kann das... Hier ist noch was vergessen, freizuspringen. Ja, es gibt aber auch nicht viel. Außer nichts. Miau, boah, zoom, zoom, zoom. Da war Geld. Hab ja gesagt, wir verstecken das oft, also. Ah, jetzt, da gibt es noch Geld. Oh, 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 zwei Lilane, zwei Lilane. Äh, gab du papa. Guck mal, guck mal, ob's reicht. Ich hoffe, es reicht. Ja, es reicht. Nice. Oder, oder? In den Ecken? Oh nein, das Geld vom Anfang. nein das war auch gewesen was für mich doch noch mehreres platz habe ich gerade gesehen ich spiele das jetzt zusammen mit geld oder was auch immer ist was ist eigentlich vorhin passiert ein bisschen laser angegangen oder so kann nichts machen der wagen geht kaputt da jetzt offen Lava weg Lava weg alles gut Lava weg alles gut Na komm ich will das hören Let's go Neue bestzeit speedrun.com let's go ok dann würde ich sagen sehen wir uns dann in der nächsten folge wieder wenn wir eventuell das gebiet schon abschließen viel fehlt jetzt nicht mehr Boah voll abgehoben von dir Bis dann, ciao Wow do a barrel roll Boah das sieht voll cool aus Keine Kaprionen, Keine Kaprionen Wie so tief, Rüdiger Rüdiger ich hab das in Feinarbeit zusammengedacht Das war kein Tentimeter Hast doch das gesehen Hör auf Rüdiger bitte, bitte Drei 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 Drei